Musik Die Zahl der Kinder, die in diesen Familien aufwachsen, ist sehr hoch und das Risiko, dass sie selbst erkranken. Wir haben hingeschaut bei dem Thema, dass man einerseits gucken muss, dass man die Betroffenheit schon sichtbar macht und auch sieht, wie schlimm das teilweise ist und wie schrecklich diese Situation teilweise ist. Und dann haben wir aber auch einfach ganz viele Beispiele gefunden, wie man da rauskommt. Musik 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 Musik